Bevor ich jetzt noch richtig mit dem Video beginne, möchte ich noch ganz kurz eben schnell zusammenfassen, was ihr für das Gewinnspiel tun müsst. In der Beschreibung stehen Links zu Twitter, Instagram und einem Twitter-Post zu diesem Video hier. Diesen Twitter-Post solltet ihr retweeten, mir auf Twitter folgen, mir auf Instagram folgen und diesen Kanal abonnieren. Zu guter Letzt solltet ihr dann noch einen Kommentar schreiben, was ihr mit dem Gewinn anstellen wollt. Das wäre eigentlich alles und am Ende werde ich dann halt zufällig auslosen, wer gewonnen hat und den dann halt nachrecherchieren, ob der halt auch alles gemacht hat. Ob der Twitter gefolgt hat, auf Instagram und abonniert hat und einen Kommentar geschrieben hat und bla bla bla. So wird es halt ablaufen und ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt und jetzt kommen wir zum Video. Willkommen zu meinem offiziellen Pokémon-Go-Gewinnspiel. Ich dachte mir, dass das Spiel so einen krassen Hype hat und dass es auch auf meinem Kanal so einen krassen Hype hat und mir sehr krass geholfen hat, in den letzten paar Tagen zu wachsen. Dann dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Giveaway für euch in Pokémon Go. Was heißt Giveaway? Was kann man denn überhaupt verlosen, meine lieben Freunde? Das Ding ist ja, es gibt diese sogenannten Pokémon-Coins, diese Pokémon-Münzen und ich habe mir gedacht, ich verlose 14.500 Pokémon-Coins. Heißt ungefähr 2x50 Euro iTunes-Guthaben. Das werde ich dann auch noch schicken, also an den Gewinner, der kriegt dann 2 Codes, wenn er 50 Euro iTunes-Guthaben oder einmal ein 100er Code iTunes-Guthaben und das schenke ich denen dann halt. Die Bedingungen sind halt, ihr müsst einmal auf Twitter folgen, einmal auf Instagram folgen und den Kanal abonniert haben. Und dann müsst ihr halt noch später in die Kommentare reinschreiben, warum ihr diese Coins haben wollt, was ihr damit anstellen würdet und wie ihr sie am besten nutzen würdet. Ihr könnt ja so sagen wie, ja ich würde meinen Beutel erstmal ein bisschen überfüllen, halt mit dem Beutel plus oder ich würde mir halt ein paar Glücks-Eier holen oder ein bisschen Rauch. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr damit vorhabt und wie ihr das am liebsten machen wollt. Und ja, der Gewinner wird dann halt per Zufall wieder ausgelost, also per random.org und den werde ich dann halt anschreiben und dann halt nachgucken, ob der mir halt auch auf Twitter, auf Insta folgt und auf YouTube abonniert hat. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich das nochmal. Weil ich würde gerne mit diesem Giveaway auch nochmal meine Social Media so ein bisschen pushen, damit ihr da auch noch vielleicht ein bisschen aktiver seid. Ähm, damit ihr auch was von dem Giveaway habt, aber im Hauptgrund steht natürlich, dass ihr auch was gewinnen könnt. Deswegen ist es nur was Kleines, was ihr machen müsst. Ich muss dafür 100 Euro bläschen, also so, naja. Übrigens an die Leute, die bei dem normalen Gewinnspiel auch mitgemacht habt, die, die, ähm, Sonne, äh, Sonne, Mond, sag ich schon, Omega Rubin, Alpha Saphir, Tekken und die Ivelta-Figur sind alle schon abgeschickt, müssen doch eigentlich schon angekommen sein. Bei den meisten zumindest habe ich eine Rückmeldung bekommen. Ähm, und, ja, wie gesagt, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel mitmachen wollt, auf Insta folgen, auf Twitter folgen und, ähm, auf YouTube abonnieren. Und das Wichtigste, ja, das aller, aller Wichtigste ist, meinen Tweet retweeten, der, ähm, in der Beschreibung drin steht. Das ist der Tweet zu dem Video hier. Also ich mache ja immer auf Twitter, mache ich immer einen Tweet zu einem Video und den müsst ihr halt retweeten. Also, ähm, ja, das ist halt das Einzige, was ihr machen müsst. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Und ich hoffe, ihr freut euch über dieses Gewinnspiel. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall meinen Daumen oben da. Ciao.